Jo meine lieben herzlich willkommen zu einem neuen video und diesmal geht es wieder um anderes thema ich werde auch in den nächsten tagen mehr dazu machen bürgergeld und das ganze und wie es auch wirklich aussieht mit stromkosten und heizkosten dass das nicht übernommen wird das ist alles quatsch ist was in medien sagen dass es wieder mal aufwerbeln ist mein kanal wird nicht größer leider darum bin ich auf eure unterstützung ihr bitte tut meinen kanal verteilen tut den teilen zu bekannten der facebook alles mögliche weil ich wurde von youtube gesperrt deswegen habe ich mich lange nicht gemeldet wegen politik correctness ihr habt es auch gar nicht gemerkt und zwar ist eine indirekte politik correctness sperre das heißt youtube weil ich halt eben mich nicht so politisch korrekt ausdrücke hat youtube so ein hinweis mir gemacht dass sie mich ziemlich unten halten und meine videos hat auch nicht mehr vorgeschlagen ich habe auch von einigen abonnenten das berichte dass ich seit von denen nicht gefunden werde obwohl die meine glocke und alles angemacht haben und ich habe das überprüft bei einem abonnenten der hat mir das natürlich auch gezeigt also bei drei abonnenten aber sie selbst gesehen und ich so ok youtube natürlich schreibt dazu nichts weil die schreiben indirekt ja schau du bist politisch inkorrekte können aber nichts machen weil du ein jude bist weil du ein pole bist ein white nigger können wir nicht so wie bei den anderen gegen irgendwas machen die nicht vielleicht auch weil ich zu klein bin keine ahnung wobei die sagen wenn ich größere werden sie auch nichts machen können weil ich bin halt nicht so wie die politisch ja das video mit der tora das kommt auch demnächst und der tanach und in talmud erklärungen zum judentum weil es mir sehr wichtig ist darüber auch zu reden weil auch vieles leider nicht gesagt aber jetzt kommen wir zurück zum thema bundesagentur für arbeit macht wenn man sich einloggt dieses fenster und darum geht es erstmal hier dass man einfach endlich nach dem neuen gesetz papierlos mitmacht und ich würde es Ihnen empfehlen denn es ist eine sauerei dass wir bis heute immer noch papier ausdrücken obwohl der wald gefährdet ist ich bin kein ökologe um das zu wissen dass das so ist denn ich schaue mir die sachen an ich schreibe natürlich mit leuten aber ich kann selber eins in eins zusammenziehen und ich brauche keine ökologen dazu um zu wissen dass wir einfach durch die abholzen oder dass die menschen nicht wir und die menschen die dafür sorge tragen den wald abholzen weil wir haben ja nichts damit zu tun letztendlich das muss man auch knallrad sagen dass da draußen in der welt firmen gibt die halt eben diesen wald abholzen dazu werde ich auch ein video drüber machen und auch klipp und klar sagen wie es um unseren wald und alles steht aber ok lange hätte kurz sein das ist noch zu storytelling bei meinen videos mit dabei und jetzt machen wir einfach bekannte aber wir konfigurieren das ist sehr wichtig denn dann kommt man auf eine seite die sollte man auch nirgendwo sperren also keinen blocker aktivieren alles auf grün machen bitte und jetzt zeige ich euch alles wie das ganze funktioniert zuallererst werdet ihr gefragt was ist also ihr werdet erstmal gefragt ja dürfen wir bescheiden nachweisend schreiben werden im stand im diesbewerb so geschickt hier können sie ein online aktivieren also dürfen wir das machen und ja bitte macht das weil das ist viel schneller nächstes jahr nach dem wechsel bürgergeld muss sich das amt und jetzt vorbereiten ich habe mich ein bisschen schlau gemacht beim amt die müssen jetzt schon solche sachen machen das bürgergeld reibungslos von statten geben kann also sozusagen rechtliche schritte juristische schritte müssen eingeleitet werden das sind diese letztendlich müssen als user da zustimmen ansonsten können die das nicht machen ok weil so einfach ist das nicht wie man sich denkt dann da da wir die sgvo haben datenschutzgrundverordnung muss auch die user einwilligen ok ich mache jetzt ein kreuz hin ich bin da einverstanden dann geht es natürlich weiter wir haben also erst einmal benutzerkonto wir haben erstmal persönliche daten benachrichtigte zustellungsoptionen wenn wir auf benutzerkonto klicken haben wir also die menschlichen möglichkeiten jetzt hier schön zu sehen was wir alles so haben und ob wir auch zwei auch faktororifizierung machen möchten das würde ich auch in zukunft empfehlen das weil ich habe ein extra video machen heute geht es nur um ein bisschen so diese nur diese funktion dass man da einfach das anklickt und das auf jeden fall macht so den rest machen wir ein extra video weil 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 das ist sehr viel und da möchte ich es etwas professioneller halten und nicht zu lange so hier noch ganz kurz zugriff zu erfassenden kundendaten es werden aktuell bereits als kunden geführt ihre online bergungslinie und kundensatz so da haben wir auch grünes fenster das ist auch sehr gut dann gehen wir nochmal zum profil und da haben wir auch schon so einiges wo wir übersicht haben ok lange rede kurz sind jetzt gehen wir erstmal auf die glocke denn sie haben einen neuen bescheid und wenn neue bescheide ist kriegt man das mit der glocke und dann sieht man hier erinnerung an die auch noch zum mitverkauf und das muss er tatsächlich machen ich muss das mal anklicken und da habe ich dementsprechend einen termin verpasst das ist so rechtlich gesehen hier ist das eine aufforderung ersten grade ist das heißt die zweiten grade ist die erfolgt auch noch aber wenn es zu oft ist werdet ihr gesperrt das ist nicht so schlimm da werde ich euch zeigen was ihr tun müsst wenn ihr so eine aufforderung bekommt und welche unterlagen die dann von euch suchen wie man das am besten macht ok ich schließe das fenster wiederum ich werde das alles transparent machen nach nicht nach dem dsdv nur sondern nach dem hardcore dsv gesetz gibt es eine klausel die übersagt ich darf alles veröffentlichen wenn es nur um meine persönlichkeit geht und dadurch das hardcore machen will werdet ihr alles sehen da wird nichts zensiert ich hasse zensur die pest natürlich ist gefahr auch dass meine daten es braucht aber ich bin eine arme sau ich hoffe die hacker und cracker becker shaker maker und hater haben mitleid mit mir und sagen was für ein mother fucker dann hoffe ich dass sie mit dem mittler ok lange kurze wir gehen noch mal auf startseite und wir haben nachrichten erhalten wollen wir nicht und zwar klicken wir auf zum profil wieder um die nachrichten zu sehen aber wenn wir auf diesen posteingang klicken haben wir leistungspostfach und vermittlungspostfach ist auch mittlerweile null wenn wir auf vermittlungspostfach klicken dann sehen wir dass da vermittlungen sind diese vermittlungen sollten gar nicht existieren weil ich gesagt habe dass ich mich selbstständig machen kann aber leider leider ist das einfach so dass die immer noch drin sind und man halt halt eben diese aufforderung hat diese ganzen vermittlungen welche zu den firmen was sagen welche firmen arschlöcher sind welche firmen bullshit sind ok also diese ganzen firmen kenne ich das sind meistens zeitarbeitfirmen das wird sich einiges ändern dass man nicht mehr zeitarbeitfirmen machen muss denn zeitarbeitfirmen sind der größte lump und betrug und auch der olaf schultz will das so ein bisschen ändern dass die leute sich nicht mehr über zeitarbeitfirmen bewerben müssen denn auch da ist es so dass die zeitarbeitfirmen die größten wohnsünne sind der welt und egal wie sie sich netz anbieten sie sind arschlöcher ich habe das erfahrungen gemacht ich habe mit einem ehemaligen zeitarbeitfirmen chef gesprochen wie das ist ich habe ein interview mit ihm gehabt konnte aber nicht veröffentlicht werden weil der hat angst gehabt dass halt eben er seinen job verliert wirklich alles verliert wenn sie dann werden sie dich vernichten aber dazu ich noch mal stellung geben so bis zum 7.3 war was danach nichts mehr jetzt melden wir uns ab das war es eigentlich von mir erstmal von diesem video weil wir kommen noch zu anderen sachen wenn ihr einen termin habt beim amt und der ist in der früh geht hin ich gehe jetzt gleich schlafen wir haben 21.27 geht hin und sagt was ihr wollt und was wir durchsetzen auch wenn das amt nicht am anfang zuhört wenn die nicht zuhören macht eine klage am sozialgericht geht aufs ganze aber lasst euch nie zu etwas zwingen sind nicht berechtigt euch zu zwingen sind sie nicht da hat sich noch einiges geändert und ihr müsst euren weg finden ich finde euren weg aber lasst euch nie zu etwas zwingen wenn ihr eine ausbildung haben wollt oder sagt hey ich will mich selbstständig machen aber ich will gleichzeitig eine zweite option haben für alternativen weg dann auch habt ihr die möglichkeit euch laut zu machen und da halt hinzugehen wobei ich wie gesagt ich weiß nicht ob ich überhaupt eine ausbildung im wege ich bin schon 38 und ich habe mit dem chef gesprochen von einer ausbildungsschule und er kennt mich und er kennt mein charakter und ich bin jemand nicht der im teamwork player ist das gebe ich auch zu ich bin kein team player ich bin so regierung diktator chef das kann ich machen das habe ich ausprobiert das ging immer ganz gut das haben die leute gemocht ich kann klar angeben befehle aber vom befehl entgegennehmen von leuten kann ich nicht werde ich auch nicht nur von gott wenn dann nur den einen den ewigen den jahre alle anderen können gestohlen bergen weil die leute leider arschlöcher sind wenn die leute wenn die leute nicht so arschlöcher werden wenn die ein bisschen korrekter werden um die gabel die augen von leuten aufzulesen wenn die ein bisschen korrekter werden dann könnte ich da was machen aber leider ist das halt nicht so okay das war's von mir bis morgen